Hallo, wir sind die Firma Luft- und Klimatechnik GmbH, ein familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Reutlingen. Die rund 40 Mitarbeiter planen, installieren und nehmen die Luft- und Klimatechnischen Anlagen in Betrieb. An diesen Anlagen werden Wartungen und Reparaturen durchgeführt. Wir sind hauptsächlich in der Region tätig. Wir haben Jobrat, Kita-Zuschuss, Krankenzusatzversicherung und wir machen Firmen-Events. Für unser Team suchen wir aktuell Verstärkung. Falls du Lust auf abwechslungsreiche, spannende Aufgaben hast, dann schau auf unserer Homepage vorbei. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.